2,01 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 56-jährigen Autofahrer, der am Sonnabend in den Mittagsstunden auf der A29 bei Wadenburg einen Unfall baute. Wie die Polizei berichtet, war der 56-Jährige aus dem Kreis Oldenburg Richtung Oldenburg unterwegs, als er bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das geschah beim Wiedereinscheren von der Überholspur auf die rechte Fahrbahn. Nach dem Überholvorgang geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanken, so die Polizei. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Der Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht 2,01 Promille. Es folgten Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden etwa 13.000 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017